Wir haben die Resonanz der Berliner Erklärung und die ersten Folgen für die Gemeinden in Deutschland gesehen. Doch wie waren die Folgen für die Nation? Bis zum heutigen Tag hat der Leib Christi in Deutschland meiner Meinung nach nur in sehr bescheidenem Ausmaß Anschluss an die im 20. Jahrhundert in der ganzen Welt aufbrechende dynamische geistliche Entwicklung gefunden. Wenn man objektiv und ehrlich, unvoreingenommen mit weltweitem Horizont die Entwicklung in Deutschland betrachtet, muss man eigentlich feststellen, dass diese Form des Wirkens Gottes, was die Welt im 20. Jahrhundert geprägt hat, fast spurlos an Deutschland vorbeigegangen ist. Aus Deutschland kamen im 20. Jahrhundert sehr wenige wegweisende geistliche Entwicklungen, auf jeden Fall verglichen mit den Jahrhunderten zuvor. Wer das nicht glaubt, der sehe sich nur einmal einen ganz normalen christlichen Buchkatalog an. Der weitaus größte Teil der Bücher sind aus dem Englischen übersetzt. Die meisten von amerikanischen Autoren. Auch wenn wir das nicht gerne hören, auch wenn es an unserer Ehre und unserem Ego kratzt, vielleicht sogar an unserer Theologie, seit nunmehr 100 Jahren stagniert die deutsche Christenheit. Der Stand der bekehrten Christen, der wiedergeborenen Christen in Deutschland, heute, liegt nach meinem Kenntnisstand nahezu identisch mit dem von 1909, was die absolute Zahl betrifft. Etwa 1,5 Millionen Menschen. Damals gab es 65 Millionen Menschen im Deutschen Reich. Heute, im flächenmäßig sehr viel kleineren Deutschland, 82 Millionen. Kein Wachstum. Seit 100 Jahren wird sozusagen der Status Quo erhalten. Verglichen mit dem geistlichen Leben in weiten Teilen der Welt fällt in der Christenheit in Deutschland, beziehungsweise überhaupt in Mitteleuropa, ein verblüffender Mangel an gesellschaftlicher Relevanz auf. An Effektivität. Evangelistische Aktivitäten zum Beispiel, egal von welcher Denomination, haben einen ganz erschreckend geringen Wirkungsgrad. Über die Jahrzehnte hat man sich daran gewöhnt. Die meisten Gemeinden sind klein und führen ein schattender Sein in einer völlig widergöttlichen Gesellschaft, die vom Christentum keine Antworten, keine Lösung der aktuellen Lebensfragen erwartet. Christen sind Exoten in unserer Gesellschaft. Die Gebete ganzer Generationen von deutschen Christen scheinen nur minimale Auswirkungen gehabt zu haben. Der Erwartungslevel hinsichtlich des Eingreifens Gottes aufgrund unseres Gebetes ist ganz weit unten. Beschäftige dich doch einmal mit der Entwicklung der weltweiten Christenheit. Wenn du noch nicht über den deutschen Tellerrand hinausgeschaut haben solltest. Auf unserer Homepage findest du dazu einige Videoclips. Es ist begeisternd zu sehen, was Gott weltweit tut. Und es ist erschreckend zu sehen, wie wenig in Deutschland geschieht. Der Vorwurf der Berliner Erklärung ist in keinem anderen Land der Welt in vergleichbarer Weise erhoben worden. Fast überall ist dieser Vorwurf gänzlichst unbekannt und sogar unvorstellbar. Dass die Pfingstbewegung von unten sei, ist nicht denkbar. Egal, ob dies nun als seelisch oder dämonisch verstanden werden will. International gesehen gab es zwar durchaus Gegner und Kritik. Und auch einige namhafte Leiter, wie zum Beispiel Dr. Torrey, stellten sich gegen die aufbrechende Pfingstbewegung. Aber die Schärfe, die Konsequenz und vor allen Dingen die negativen Folgeerscheinungen waren in Deutschland absolut einmalig. Durch die Spaltung, die sich nach der Berliner Erklärung in der deutschen Christenheit ergeben hatte, lehnten die meisten Christen in Deutschland ein Wirken des Heiligen Geistes ab, das nicht den gesellschaftlichen, kulturellen Verständnis des deutschen wilhelminischen Kaiserreiches entsprach. Und das erinnert mich an Markus 6, Vers 49 bis 52, wo die Jünger den auf dem See wandelnden Jesus sehen und sie erschrecken. Die halten ihn für ein Gespenst. Warum? Weil ihre Herzen verhärtet waren. Meiner persönlichen Meinung nach entwickelten sich die Spaltungen, die sich aufgrund des Streites um das Wirken des Heiligen Geistes damals ergeben haben, zum größten denkbaren Fluch über Deutschland. Ganz nach der Forderung der Berliner Erklärung, sich von der Macht dieses Geistes loszusagen, verlor die deutsche Gemeinde tatsächlich die Macht und Kraft des Heiligen Geistes. Die pauschale Ablehnung des Heiligen Geistes bewirkte seinen Rückzug aus weiten Teilen des geistlichen Lebens. Ich glaube, durch die Trennung, die dort entstanden ist, innerhalb des Leibes Jesu, ausgelöst durch diese scheinbar so unbedeutende und private Berliner Erklärung, spaltete sich der gesamte geistliche Leib in dieser Nation in zwei Teile. Die geistliche Einheit und die damit verbundene geistliche Kraft, Vollmacht und Autorität war nachhaltig zerstört. Ich glaube, dass der Leib Christi in Deutschland nun seine bis dahin über Jahrhunderte innegehabte Position als geistliches Korrektiv gegen die zerstörerischen Mächte der Finsternis verloren hat. Und es ist wichtig, ein Verständnis für die Bedeutung des Volkes Gottes innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb einer Nation zu bekommen. Die Christen sind Licht. Sie geben Orientierung in der Dunkelheit. Sie sind Salz. Das heißt, sie verhindern die Zersetzung. Sie sind Zeuge des Reiches Gottes. Sie sind Vertreter seiner Herrschaft. Von größter Bedeutung ist, dass sie als Könige und Priester eingesetzt sind von Gott für ihre Nation. Sie üben geistliche Autorität aus. Sie haben für ihr Volk vor Gott im Gebet und in der Fürbitte einzustehen. Im Alten Testament hat Gott sein Volk dazu berufen. Da heißt es in 2. Mose 19, Im Neuen Testament wird das noch ausgeweitet. Im 1. Petrus heißt es, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart. Jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das ist die Aufgabe des Volkes Gottes. Sie sind korrektiv. Ihr Dienst verhindert das hemmungslose Ausbreiten der Mächte der Bosheit. Sie bilden den Leib Jesu. Und wo der Leib Jesu ist, da kann sich die Finsternis nicht beliebig entfalten. Das Licht wirkt ihr entgegen. Dieses geistliche Amt, für die Nation als König und Priester einzustehen, entglitt der deutschen Christenheit. Sie kämpfte nicht mehr bewusst oder unbewusst gegen die Mächte in der Himmelswelt, gegen die satanischen Ideologien, gegen die Philosophien, die Kräfte und negativen Entwicklungen, sondern sie bekämpfte sich untereinander. Man schoss nicht mehr auf den Feind, man schoss auf die eigene Armee. Jesus sagt dazu in Markus 3, Wenn ein Reich mit sich selbst entzweiht ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Dem Feind gelang genau das, die Christenheit in sich selbst zu entzweien. Und deshalb konnte sie in dieser Position nicht bestehen. Der Feind konnte die Christen sozusagen neutralisieren. Und damit erreichte er sein Ziel, nämlich das Volk, das Land, die Nation, unter seine Herrschaft zu bringen und dann missbrauchen zu können. Jesus fährt fort in Markus 3, Dies bezog Jesus auf den Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Und durch die umfassende Spaltung gelang es der Gegenseite, den Staaten, also den Leib Christi, zu fesseln, lahmzulegen und uneffektiv zu machen, zu blockieren. In der geistlichen Welt entstand sozusagen ein Machtvakuum. Und zwar an dem Platz, den zuvor der Leib Christi innehatte, als geistliches Korrektiv gegen die Versuche des Feindes, das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Und dieses Vakuum wurde nun innerhalb kürzester Zeit, weniger Jahre, von widergöttlichen Kräften ausgefüllt, die fortan Deutschland in einen unseligen Taumel entsetzlicher Katastrophen führten und unglaubliches Elend über das deutsche Volk und andere Völker hereinbrachte. Auf den Tag genau 24 Jahre nach der Berliner Erklärung beschließt und verkündet der Reichstag 1935 die Nürnberger Rassengesetze. Diese berauben Deutschlands Juden das Recht, ein öffentliches Amt innezuhaben. Inzwischen Juden und Nichtjuden werden verboten. Die Hakenkreuzflagge wird anstelle der schwarz-rot-goldenen Flagge zur Nationalflagge des Deutschen Reiches. Durch die Ablehnung des Heiligen Geistes war Deutschland seines spirituellen Schutzes beraubt. Genauso wie dies für jede Einzelperson, die den Heiligen Geist ablehnt, auch der Fall sein würde. Lauren Cunningham, der Gründer der Missionsgesellschaft Jugend mit einer Mission, hat ein Buch geschrieben. Los jetzt, ein Handbuch für Missionen. Dort möchte ich etwas vorlesen, was er über Deutschland geschrieben hat. Die geistliche Kraft bibelgläubiger Christen war aufgrund tiefer Spaltung unter den Christen größtenteils neutralisiert worden. Ich persönlich glaube, dass der Geist Gottes zutiefst betrübt war. Und sicherlich wurde das geistliche Potenzial der Gemeinde Jesu Christi in Deutschland ausreichend neutralisiert, sodass sie die bevorstehende Flutwelle des Bösen nicht aufhalten konnte. Wie ließ es sich sonst erklären, dass ein Land, in dem es betende Christen gab, innerhalb von nur 25 Jahren zwei Weltkriege auslöste? Die Ursache liegt in der Tatsache, dass diese Christen gespalten und dadurch machtlos geworden waren. Deutschland, von satanischen Kräften gesteuert, schlitterte nur fünf Jahre nach der Berliner Erklärung in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieg und sein unsagbares Elend. Es folgte die äußerst verworrene Zeit der Weimarer Republik mit allgemeiner wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer Irritation und allgemeinem Verfall. Und dann, als Höhepunkt, kam die Nazi-Herrschaft mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg begann 30 Jahre nach der Berliner Erklärung mit weltweit nie gesehenen Wellen der Vernichtung. Sowohl der Erste wie auch der Zweite Weltkrieg gingen von Berlin aus. Deutschland hätte wohl, nach Gottes Absichten, im 20. Jahrhundert wieder eines der Segenszentren der Welt sein können. Nach Reformation, Pietismus und vielen, vielen kleineren und größeren Aufbrüchen. Aber nun wurde es zu einem Fluch für unsagbar viele Menschen auf der ganzen Welt. Interessant ist die Teilung der deutschen Nation nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Länder, im Natürlichen. In Ostdeutschland und Westdeutschland. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass hier auch eine geistliche Trennung vorliegt. Es ist ein in zwei Teile gespaltenes Land. Im Geistlichen wie auch im Natürlichen. Und das markanteste Symbol dieser natürlichen Trennung war die Berliner Mauer. Wie das markanteste Symbol in der geistlichen Trennung die Berliner Erklärung war.